Es wurden in den Gemeinschaften Schauermädchen erzählt. Dinge erzählt von Freunden, die es wirklich gut gewollt haben. Und Gröning weit, weit überhoben Dinge erzählt, von denen sie nie überzeugt gewesen sind. Ich soll schuld sein, dass eine Glasglocke von einer Lampe, die auf dem Bett gelegen hat, zersprungen ist, hat Gröning sich gemeldet. Ich soll schuld sein daran, ich hole nicht viel vor. Dass eine Frau den Gas sahen, das heißt, das Gas hat brennen lassen, den Suppentopf drüber stehen. Und sie war unterwegs und konnte jetzt nicht heim, um das Gas auszudrehen. Sie hat gebetet, sie hat Gröning gerufen, Brune, dreh bitte das Gas aus. Sonst wird meine Suppe verbrennen oder es entsteht noch ein Brand in meinem Haus. Darauf bin ich ganz ruhig geworden, sagt die Frau. Brune hat mir ja gesagt, er hat es ausgedreht, es ist gut. Tatsächlich bin ich heimgekommen, das Gas war ausgedreht, es hat nicht gefallen. In Wirklichkeit, Freunde, ist es so gewesen, die Frau hat das Gas ausgedreht, sie hat es nur nicht mehr gewusst. Aber wenn man mir derartiges zuschiebt, anhängt und dieses nach außen hin spricht, dann muss die Behörde nicht nur annehmen, sondern dann ist sie dadurch davon überzeugt, dass hier irrsinnige Menschen sind oder Menschen einem Irrsinnigen folgen und der sie nur verwirrt. Und dann ist es so gewesen, die Frau hat das Gas ausgedreht, sie hat das Gas ausgedreht,